Mhm. Ah ja, so ist das, ne? Ja, dann wollen wir mal schauen. Ja, moin ihr Lieben, ich küre demnächst hier auf YouTube ganz exklusiv das beste Online-Casino aller Zeiten, wo ich, ich bin jetzt bei über 20 angemeldet, wo ich gut gewonnen habe, wo ich immer gut beraten bin und was ich nur empfehlen kann für die, die spielen. Äh, spielen sollte man eigentlich nicht. Ich kann's, ich, ich hab's drauf. Ähm, für die, die es nicht drauf haben, sollten es lieber sein lassen, aber ich küre hier ganz exklusiv das Online-Casino, welches das beste ist, was ich finde, im Jahr 2017. Ich hoffe, dieses Casino gibt mir auch noch weiterhin, äh, fette, fette Bonusse oder macht mir ein Angebot. Auf jeden Fall küre ich das hier und, äh, mit einer Torte.